Ah Gott In die Vier und in die Vier Ist das Vier? Ja Vier Drei 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 Vier Du stürst in die Drei Drei Da ist niemand drin in die Vier Du stürst hier komplett Und du irrscht Nein, ich frest weh, dumm kann man eigentlich sein Ich tue jetzt einfach mal alle Börse in Drei und in Vier So, alle Börse die mir auf die Eier gehen Zum Beispiel der da Und jetzt der da Und der da Und der hier Und zum Beispiel der hier Und zum Beispiel der hier Ich tue jetzt da wieder rein Macht auch keinen Sinn Und du hast auch nichts verloren Und du da erst recht nicht Das wäre da wieder so ein Spass hier hin So, das mache ich jetzt extra, weil ich glaube die Vier bedient hier diese Straße Und deshalb wird es jetzt glaube ich wieder ins Laufen kommen Und da ist wieder ein Spass hier der sich wieder rein dringelt Und da kommt hier irgendwo Linie 10 oder so Oder haben die gar keine mehr Oh, die haben fast keine mehr Oh, die haben fast keine mehr Oh, die haben fast keine mehr Was ist denn das Bus-Dipo 12 Okay, gucken wir mal Fahrzeuge So, verschieben in 12 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 12 12 12 12 so, jetzt, wie viel hast du jetzt? 12, also 3 noch 1, 2, 3 so so, dusche ich natürlich wieder rein, ist klar ah, da kommt ein 10er kommt auch noch ein 10er ach so, ja, gut, scheiß rein, ist egal du auch, ist egal halt, 5 der schon wieder so, der kommt den 4 der kommt den 4 der kommt den 4 der kommt den 4 ups, 4 genauso wie der hier und er hier ne gut, brauchst mir nicht sagen, dass du zu wenig Fahrzeuge hast, das juckt mich jetzt nicht wie gesagt ne gut, brauchst mir nicht sagen, dass du zu wenig Fahrzeuge hast, das juckt mich jetzt nicht Warum staut es sich denn jetzt her? Das ist ein Busdepot. Zu wenig Platz für die Fahrzeuge. Ja, das bricht nicht. Dann geh schon den 4. Moin. 5. 5. Nehmen wir noch welche in 12. So. Das sind lauter 10er. Oh Gott! Okay, wisst ihr was es einfachste ist? Ne, das nicht. Wie ging das nochmal? Linie entfernen? Aktiv ein- und ausschalten. So ging es glaube ich. So und dann Linie 3. Dann Linie 4. Linie 5. Linie 6. Linie 6. Jetzt müsst ihr eigentlich wieder gehen. So ihr braucht 12. Das heißt, da gehen noch 4 rüber. Was ist denn das? 1. 2. 3. 4. 5. 5. Dann brauche ich hier noch 9. Irgendwie. Was sind das? 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 7. 8. 9. 6. Mt 9. 0. viel auch schon mehr zu wenig Platz und nur davon noch 2 zu 4